Corepunk ist ein neues MMORPG, das jetzt insbesondere im Monat August 2024 einen langen Alpha-Test abgehalten hat, beziehungsweise jetzt wo ich aufnehme, ist der Alpha-Test noch im Gange bis Anfang September und ich habe jetzt versucht in diesem Monat August möglichst lange in dieses Spiel reinzuspielen. Ich gebe euch kurz mal die Fakten durch, ich bin einmal Level 5 geworden, nachdem ich ewig durch die Gegend gelatscht bin und alles mögliche angeguckt habe, dann gab es ein Vibe, dann bin ich einmal Level 7 oder 8 geworden, ich erinnere mich nicht mehr genau dran, das habe ich noch gemacht, mir auch da noch einiges angeguckt und dann gab es jetzt nochmal ein Vibe und ich hatte ja eigentlich vor, so mindestens Level 10 zu werden, aber ich habe auch nicht erwartet, dass die jetzt tatsächlich meine zwei Charaktere viben. Einen Vibe habe ich jetzt noch verkraftet persönlich, beim zweiten habe ich mir jetzt gesagt, boah, nee, jetzt nochmal von 0 anfangen und dann jetzt nochmal auf Level 10 hochspielen, das war mir jetzt dann doch eine Nummer zu hart, den 7, 8er Charakter hätte ich jetzt noch auf 10 hochgespielt, aber hey, danke. Nee, man muss damit rechnen, dass es bei solchen Tests mal zu Vibes kommt, das ist klar, allerdings hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt gerade diese zwei Charaktere verliere in der kurzen Zeit, denn ich hatte letzte Woche keine Zeit mehr, den 7, 8er Charakter zu spielen und habe halt eben diesen Progress wieder komplett verloren. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte euch heute im Video meine Pro- und Kontra-Liste für Core Punk mitgeben und ich möchte einfach die Frage klären, lohnt es sich für MMORPG-Fans, sich das Game reinzuziehen und das möchte ich auch möglichst wertfrei einfach mitgeben. Ja, ich habe einen Affiliate-Link, aber ich werde heute in diesem Video einfach ehrlich zu euch sein, was meine Erfahrung angeht, ich werde aber versuchen objektiv zu sein und meine persönlichen Prioritäten da rauszuhalten aus der Sache, ich möchte nur beschreiben, was ich so gesehen habe im Test jetzt mit meinen zwei Charakteren, ich habe einen Schamane gespielt und einen Legionär. Gehen wir kurz auf die Besonderheiten von Core Punk ein. Es ist ein Open-World-MMORPG, das aus der Top-Down-Perspektive gespielt wird und da haben wir ja nicht allzu viele MMORPGs, die von oben herabgespielt werden, wie ein Hack-and-Slay-Game zum Beispiel oder wie ein MOBA-Game, wo ja Core Punk tatsächlich sich auch was rausgezogen hat. Denn das macht Core Punk gewissermaßen besonders. Wenn man an ein League of Legends denkt oder an ein Dota, haben wir Fog of War und wir haben MOBA-Kampf in Core Punk drin. Diese Elemente sind hier stark mit dabei, genauso was die Optik angeht, viele Parallelen von diesen MOBA-Games in Core Punk wiederzufinden. Wir haben allerdings bei Core Punk einen sehr großen Schwerpunkt auf Sammeln von Rohstoffen, von verschiedensten Rohstoffen. Wir haben Bäume abholzen, Steine kloppen, Erzadern, also Metalle zu finden. Wir haben Häuten von Tieren bzw. sämtliche Organe zu schaffen. Wir können Büsche mit Beeren und Haselnüsseln ernten und so weiter. Also hier gibt es einiges zu finden in der Welt. Und wir haben einen riesen Schwerpunkt auf Crafting, denn wir haben etliche Crafting-Stationen, wo wir dann diese Rohstoffe verarbeiten können, sei es zu Relikten, sei es zu Tränken oder andere Sachen, die wir einfach gut im Kampf gebrauchen können, die uns stärker machen. Manche Tempo, manche langfristig, zum Beispiel Waffen können wir uns auch herstellen, die natürlich unseren Schaden pushen und so weiter. Da gibt es einiges, was wir im Crafting machen können. Das ist ein riesengroßer Faktor in Core Punk. Gehen wir aber kurz auch auf den Gameplay-Loop ein. Was erwartet euch in Core Punk denn etwa? Wir entdecken Gebiete in dieser Open World, die sehr schön gestaltet ist. In der Zone oder in den Zonen, wo wir unterwegs sind, finden wir NPCs. NPCs, mit denen können wir sprechen. Die sind durch AI meistens vertont. Ihr sprecht mit denen, bekommt Quests, geht natürlich dann wieder raus zum Entdecken. Da trefft ihr Feinde. Ihr findet den ein oder anderen Schatz vielleicht auch. Ihr findet Rohstoffe, erntet die ab, sammelt die in eurem großen Inventar. Ihr habt wirklich viel Platz, um da auch die Rohstoffe reinzubekommen. Und dann geht es natürlich weiter. Ihr erledigt dann die Quests. Dann gebt ihr die bei den NPCs ab. Dann sammelt ihr Erfahrungspunkte. Ihr sammelt aber auch Erfahrungspunkte durchs Aberrnten von den Rohstoffen, durch das Bekämpfen von den Feinden und auch durchs Crafting, wo ihr dann die Rohstoffe verarbeitet, da da auch teilweise deren Quests abschließt, wieder mehr Erfahrungspunkte bekommt und dann auch bessere Optionen für den Kampffreischalter, zum Beispiel Waffen, Relikte, die eure Stärke erhöhen, permanent durch Attributs, Pluspunkte. Und dann macht ihr dadurch Level-Ups mit diesen Aktivitäten. Ihr schaltet dadurch Punkte frei, die ihr in Skill-Trees verteilen könnt für eure Klassenverbesserungen. Ihr habt aber auch passive Trees, wo ihr Punkte reinpacken könnt, wo ihr sehr viel Auswahl habt, in welche Richtung ihr gehen wollt, zum Beispiel Pathfinder, Medic und so weiter, habt ihr sehr viele Möglichkeiten, um euren Charakter in die Richtung auszubauen, in die Richtung, die ihr ausbauen möchtet. Wenn ihr also mehr auf Alleingang aus seid, dann nehmt ihr den Pfadfinder, der eure Einzeldaseinsberechtigung quasi pusht, weil ihr da irgendwie besser im Kampf seid oder ihr guckt, dass ihr Selbstheilung habt und legt zu anderen Schwerpunkten, wie euch das gefällt. Das ist eine sehr gute Sache. Das finde ich macht Corepunk sehr schön. Und mit diesen ganzen Verbesserungen stürzt ihr euch dann einfach in weiteren PvE-Content, aber auch in PvP-Content. Und da wird es dann natürlich auch schon interessant. Ich blende euch an der Seite mal ein, wie die PvP-Regeln jetzt waren. In dem Alpha-Test, es bedeutet, wenn ihr in gewissen Zonen sterbt, verliert ihr mehr oder weniger Sachen zufällig aus eurem Inventar. Das heißt, so ein System existiert. Wer mit so einem System ein Problem hat, der wird wahrscheinlich einen großen Bogen um Corepunk machen und sagen, nein, danke, brauche ich nicht. Das soll natürlich den Reiz ausmachen, auch in der Welt unterwegs zu sein und eine gewisse Gefahr zu verspüren. Es ist, wenn man so darauf achtet, dass man auch Sachen in den Tresor legt, die einem lieb und heilig sind, dann ist es vielleicht doch auch eher so, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt hier doch entspannter durch die Gegend. Ich möchte euch allerdings darauf hinweisen, dass es so ein System gibt und dass euch das bewusst sein sollte. PvE-Content wird dann auch in Form von Dungeons präsentiert werden. Das heißt, in größeren Spielergruppen geht ihr auch raus in die normale Welt und könnt Monster wegkloppen, aber ihr könnt auch in Dungeons gehen in Zukunft und da wirklich auch teilweise ein bisschen Rätsel haben oder Fallen, die ihr überwinden müsst und natürlich auch gegen riesengroße Bossfeinde kämpfen. Das wird auch Teil vom PvE-Spaß sein. Da sind wir jetzt mal durch mit dem Gameplay-Loop, damit ich euch das ein bisschen beschrieben habe. Wir gehen jetzt weiter zu meiner Pro- und Contra-Liste und beginnen hier mit den Pro-Punkten, die ich mir rausgeschrieben habe. Ihr habt optisch sehr schöne Charaktere, Rüstungen, die Zonen sind sehr detailverliebt. Und insgesamt die Detailverliebtheit ist hier sehr schön gegeben. Also der Wind, wenn es regnet, sind Pfützen. Und ihr seht, die Pfützen bleiben eine Weile da bestehen. Ihr könnt kleine Schränke und Kühlschränke looten. Es gibt kleinere Sachen, die ihr da einfach sehen könnt. Kleine Anmerkungen, kleine Zettel, die irgendwo rumliegen. Kleine Infoboxen, wo ihr irgendein lustiges Kommentar seht. Die Charaktere, wirklich bei der Charaktererstellung habt ihr sehr viele Möglichkeiten, euren individuellen Helden zusammenzustellen. Weitere Helden kommen im Laufe der Zeit noch dazu. Das sind nicht nur Menschen, also Humanoide, sondern es gibt halt eben auch Orks. Es werden auch andere Kreaturen im Laufe der Zeit noch hinzukommen. Wer diese Fantasy mag, wie es ein World of Warcraft zum Beispiel bietet, diesen Aufwand hat sich Core-Punk gemacht. Einfach unterschiedliche Völker auch anzubieten, die weg sind von Humanoiden. Das ist, was das Design angeht, ein erheblicher Mehraufwand, auch um die Rüstungen zu designen und so weiter. Diesen Aufwand macht sich Core-Punk. Ich feiere es sehr dafür, dass es das tut, denn das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass sich Entwickler diese Mühe machen, dieses Design oder die Mühe, in dieses Design zu stecken. Gleiches gilt auch für die Akustik. Also wir haben hier ein sehr schönes Design. Die Schritte, wo derjenige, der Charakter durchläuft, da ändert sich die Akustik, oder Schränke aufzumachen, oder kleine Kommentare von der eigenen Spielfigur, wenn man lange durch die Gegend latscht. Solche Sachen gibt es. Die Attacken fühlen sich knackig an, was das Sound-Design angeht. Das Abernten von den Rohstoffen klingt sehr schön in den Ohren. Also hier haben sie wirklich was Hochwertiges gebracht. Crafting ist sehr vielfältig, aber auch herausfordernd. Das heißt, es gibt wirklich sehr viele Rohstoffe. Es gibt sehr viele Dinge, die ihr zu verarbeiten habt und miteinander kombinieren könnt. Da durchzublicken, erfordert schon ein bisschen Micro-Management. Da muss man sich schon reinfuchsen ein bisschen. Aber das zählt natürlich dann auch hinein, dass es komplex ist und vielleicht komplex auch sein soll für Leute, die Crafting halt eben feiern und Rohstoffe sammeln und so weiter. Wir haben bei der Charakterentwicklung wirklich viel Freiraum und auch ein gutes Maß an Komplexität. Also ihr könnt euch wirklich ziemlich gut entwickeln, in welche Richtung ihr wollt. Und die Richtung ist nicht nur starr vorgegeben, was euren Helden angeht. Ihr habt hier Möglichkeiten. Genauso eben, was die Charaktererstellung und das optische Erscheinungsbild vom Helden angeht. Die Klassenwahl ist gewichtig im Spiel. Ihr habt unterschiedliche Klassen und diese unterschiedlichen Klassen erfüllen auch unterschiedliche Rollen. Also ihr habt einen Heiler, ihr habt Damage-Dealer, ihr habt Tanks. Und wenn ihr euch dafür entscheidet, dann geht ihr halt auch eher in die Richtung, habt entsprechende Skills, könnt diese Skills auch entsprechend pushen und dann in diesem Bereich, für den ihr euch entschieden habt, auch scheinen und eine wertvolle Rolle für ein Team sein, wenn ihr mal im Team unterwegs seid. Ihr habt ein riesiges Inventar und ein riesiges Bankfach, weil ihr eben auch sehr viele Rohstoffe habt. Also da war in der Alpha nicht so, dass es irgendwie künstlich verknappt wurde und ihr ständig irgendwie was rausschmeißen musstet oder irgendwo verkaufen musstet oder so. Ihr habt wirklich massig Platz gehabt für das Zeug, was ihr gefunden habt. Und das fand ich schon mal grundlegend gut, dass daran gedacht wurde. Die Quest-Items, das fand ich eine schöne Herangehensweise, wenn man im Detail drüber nachdenkt. Wenn ihr zum Beispiel Quests bekommt, zum Beispiel einen Kuchen zu finden oder irgendwelche Rippchen zum Beispiel von irgendeinem Café abzuholen oder von einer Grillstation, was auch immer, es gibt solche Quests, dann könnt ihr die einerseits entweder selbst craften, wenn ihr das Rezept findet oder ihr könnt diese Sachen finden oder ihr könnt sie auch, wenn ihr den richtigen NPC findet, diese Quest-Items kaufen mit euren hart verdienten Goldmünzen, was nicht unbedingt empfehlenswert ist, das Geld, das damit zu kaufen. Aber es gibt Möglichkeiten, verschiedene Wege, um an diese Quest-Items zu kommen, um dann Erfahrungspunkte eben zu sammeln. Also ich habe hier Freiheiten. Ich finde es grundlegend gut, dass diese Freiheiten in Core Punk bestehen. Wir kommen jetzt aber im nächsten Abschnitt auf den Contra-Bereich und hier kommen wir auch schon zu den Quests, über die wir jetzt gerade geredet haben, denn meistens sind es leider, geh dahin, hol mir das, besorge das Item, bring mir fünf davon oder bring mir eins davon und geh dahin und latsch dahin. Also es ist, was die Quests, was das Quest-Design angeht, halt mega langweilig eigentlich. Also es sind die üblichen Quests und mehr braucht ihr da bislang auch nicht erwarten. Also ich habe nichts weiteres gesehen. Ich habe keine einzige Quest gesehen, die mich jetzt vom Hocker gehauen hätte, die irgendwie interessant gewesen wäre, die krasse Storytelling gehabt hätte. Da war nichts, wirklich null. Also ich kann mich an nichts erinnern, was mich da irgendwie in die Welt gezogen hätte, mir irgendwas Besonderes über die Welt preisgegeben hätte oder über meinen Charakter oder über den Weg, den ich mit meinem Charakter noch zu gehen habe. Ich habe absolut gar nichts davon in meinem Kopf abgespeichert nach dieser Spielzeit. Wir haben von Anfang an einen langsamen Fortschritt. Also wenn ihr diejenigen seid, die auf schnelle Belohnungen stehen, schon beim Spiel anfangen, dass es schnell bergauf geht, dass ihr schnell kräftiger werdet, dass das Spiel schnell an Fahrt aufnimmt, das werdet ihr bei Core Punk eher weniger finden. Und da müsst ihr eher auch zur alten Schule gehören, sag ich mal, dass ihr diese lange Dürrephase erstmal durchhaltet, um in die höheren Levels zu kommen und hier mehr Spaß rauszuholen. Ich habe es jetzt mittlerweile andeutungsweise einfach mitbekommen, ja, das Spiel gewinnt an Fahrt ab Level 5 aufwärts. Es verbessert sich, es wird schneller. Irgendwann kann man sich einen Mount holen, dann ist man schneller unterwegs. Das Abernten geht schneller, leichter, das Graphen geht schneller, leichter und so weiter. Da kommen Erleichterungen. rein, aber sie kommen relativ zäh. Darauf muss man sich einfach einlassen. Man muss lange Laufwege bewältigen, bis man erstmal einen Mount hat. Darauf muss man sich auch einstellen. Ich denke, das kennen die Leute, die früher, WoW und so weiter. Da hat man auch erstmal lange durch die Gegend gelatscht, bis man sich einen Mount leisten konnte. Für 40 Gold war es ja damals. Hat eine Weile gedauert, bis man da mit dem Start war. Und gleich ist es bei Core Punk auch. Man hat viel Rohstoff suche und auch viel Rohstoffabbau, der notwendig ist, um da weit genug voranzuschreiten, um den Abbau ein bisschen geschmeidiger, schneller von der Hand gehen zu lassen. Da muss man doch einiges wegkloppen und wegholzen, bis man ja das gewisse, den gewissen Fortschritt erreicht hat, damit es ein bisschen besser wird. Und Story als roter Faden, meines Wissens, bisher fehlt das komplett. Ich habe nichts davon wahrgenommen. Fehlt mir persönlich stark als Motivation, einfach eine Story zu haben bisher. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das noch kommt, ob da was geplant ist. Ich glaube schon. Aber bisher in den Alpha-Tests hat man meines Wissens von den Storien nicht wirklich was mitbekommen, warum man überhaupt da ist so genau und was man da zu suchen hat und was man da künftig noch macht. Keine Ahnung. Also da kann ich euch leider gar nichts zu sagen. Des Weiteren möchte ich euch noch kurz auch im Bildschirm was anzeigen, was ein Zuschauer mir geschrieben hat unter dem Video, was den RNG angeht. Das habe ich auch noch mit in den Contra-Bereich gepackt. Also dass wirklich in diesem Spiel RNG der Zufall eine sehr, sehr große Rolle spielt, wie viele Items man bekommt. Beim Abernten von Rohstoffen ist es manchmal so, dann gibt es einfach Failure. Ja, dann hast du komplett sinnlos auf dem Holz rumgehackt. Du kriegst kein Holzpech gehabt. Edge, geh zum nächsten Baum, kannst es nochmal versuchen, du Trottel. Ja, also das Spiel panischt einen da auch schon ein bisschen und ja, lässt dich halt da teilweise wirklich abhängig vom RNG sein und je nachdem hast du da mehr Glück oder weniger Glück. Und ja, das kann natürlich schon auch ein bisschen schwer verkraftbar sein und ein bisschen demotivieren. und ja, der User hat auch angesprochen, es hat ja auch ein Thema Balance, ja, also wie balancet man diesen RNG denn? Er wird auch spannend sein für das Gleichgewicht, weil es ja einen PvP-Aspekt hat. Man kann PvP gekillt werden, ob das sich für den PvP-Betreibenden lohnt oder nicht, ist ja, sei mal dahingestellt, man kann gekillt werden und wie balanced diese Erfahrung ist für die Leute, die angegriffen werden, und das steht halt mit diesem RNG-Aspekt stark in Frage, würde ich mal grob sagen. Gehen wir aber weiter zum nächsten Punkt, nämlich lohnt es sich für MMORPG-Fans und ich habe mir lange überlegt, wie beschreibe ich euch denn das? Und ich glaube, es kommt einfach drauf an, was du persönlich suchst in einem MMORPG und da habe ich einfach mal grob versucht, das an Games festzumachen. Ich glaube, wenn du World of Warcraft, Black Desert Online oder Guild Wars 2 Spieler bist, ist Core Punk wahrscheinlich eher nichts. Ich schließe es nicht aus, dass du in Core Punk deine Freude finden könntest, aber ich würde mal vermuten, dass es wahrscheinlich dann nichts für dich ist, weil da einfach kein roter Faden bisher da ist, weil hier die Quests nicht so aufregend sind wie bei besagten Spielen, weil das Gameplay an sich nicht so flott ist wie bei besagten Spielen, weil der Fortschritt nicht so schnell ist wie bei besagten Spielen, zumindest heutzutage auch bei WoW. Und als nächstes würde ich sagen, bei Albion Online oder einem Game wie Wild Terror, wenn ihr das kennt, da würde ich sagen, wahrscheinlich ja. Also wenn ihr Albion Online gerne gezockt habt oder gerne zockt oder Wild Terror kennt und das gespielt habt und an sowas eure Freude findet, dann würde ich euch sagen, ey, schaut mal bei Core Punk. Reintestet das mal an, denn hier ist die Wahrscheinlichkeit eher ja, dass euch das gefallen könnte, was Core Punk mitbringt. Seid ihr Lost Ark Spieler? Lost Ark ist ja auch ein MMORPG aus der Top Down Perspektive. Da würde ich wiederum sagen, wahrscheinlich nein. Einfach weil der Hack and Slave Faktor nicht gegeben ist, das Kampfgefühl ist ein ganz anderes. Lost Ark seid ihr da ganz andere Sachen gewohnt. Zwar ist es beim Sammeln und Warfen vielleicht ein bisschen in die Richtung, was ein Core Punk jetzt hat, aber wenn ihr das hauptsächlich Lost Ark wegen auch den Kämpfen und den Bossbegegnungen und so weiter gespielt habt, dann werdet ihr bei Core Punk sagen, boah, es ist euch einfach zu langsam, zu klobig, da passiert zu wenig. Davon gehe ich aus, dass ihr eher diesen Eindruck bei Core Punk dann mitnehmen werdet. Und ja, wir haben ja die Parallelen aus den MOBAs, deswegen auch League of Legends oder Dota-Spieler seid ihr und denkt dann, deswegen schaue ich bei Core Punk mal rein. Ja, was die Kämpfe angeht, wahrscheinlich. Ja, werdet ihr euch da wiederfinden und da vielleicht auch Freude dran haben, aber ob ihr dann diesen langsamen Fortschritt erstmal verkraftet als MOBA-Spieler, wo ja das Erfolgserlebnis eigentlich viel schneller kommt, wo ja ein ganz anderer Gameplay-Loop gegeben ist bei einem MOBA als bei einem MMORPG, das steht natürlich sehr stark in Frage, deshalb würde ich hier auch sagen, wahrscheinlich nein, ja, das kommt dann wirklich auf euren Spielertyp an, was ihr da bei MMORPGs genießt. Deshalb, um jetzt noch einen Abschnitt einfach hinzuzufügen, das ist jetzt meine Meinung, meine Einschätzung dazu, dass Core Punk für Spieler etwas ist, die durch Entdecken, Sammeln und Crafting an sich schon ein Erfolgserlebnis verspüren und diesen Aspekt in anderen Spielen auch am meisten schätzen. Also wenn ihr die Entdecker, Sammler und Crafter seid, könnte Core Punk tatsächlich was für euch sein. Es könnte auch was für euch sein, wenn ihr Spieler seid, die durch überwiegend monotone Spielweise eine Form von Entspannung finden könnt, wenn ihr der Spielertyp seid, anstatt pausenlos zum Beispiel durch einen Action-geladenen Schlauch durchgezogen zu werden von Quests und Capscenes und Kämpfen, wenn ihr das nicht braucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch eher hoch, dass ihr in Core Punk eure Freude finden könntet. Ebenfalls für Spieler, die Action, also dem Action-Element in den Spielen nicht die primäre Rolle zu weisen. Also wenn ihr Spieler seid, die Diablo 4 natürlich oder Empire of Exile oder sämtliche Action-RPGs oder Action-Adventures meistens gerne spielt, wo ihr sagt, hey wirklich, mir geht es um die Kämpfe und ich brauche die Action und da muss was passieren, da muss viel los sein auf dem Bildschirm, damit mich das einfach an der Stange hält und motiviert. Wenn ihr solche Spieler seid, dann würde euch Core Punk wahrscheinlich sehr schnell ermüden und ihr werdet es suchen und suchen und vergeblich darauf hoffen, dass diese Action-geladene Sache kommt, aber sie wird nicht so stark kommen, einfach wie ihr euch das wahrscheinlich wünscht. Wenn ihr eher detailverliebt seid und ein detailverliebtes Game-Design zu schätzen wisst, dann könnte Core Punk durchaus was für euch sein und da könnt ihr euch wiederfinden und viel Freude daran haben, weil die Welt wirklich schön ist und die Details wirklich auch schön anzusehen und anzuhören sind. Und allgemein einfach für Spieler würde ich Core Punk empfehlen, die Sandbox-Elemente einfach feiern in diversen Spielen, also ästhetisch, den Stil von World of Warcraft, League of Legends und Wildstar, wenn ihr sowas mögt, ästhetisch betrachtet, vom Design betrachtet, dann Core Punk, ja, und Sandbox-Elemente einfach feiert, ja, diese wirklich klassischen Sandbox-Elemente rauszugehen in eine offene Welt, die kann auch mal eine Weile brauchen mit Laufeinheiten und ein paar Down-Phasen, ja, bis ihr mal einen Baum findet oder eine Erzader und so weiter und ihr kloppt das Zeug runter, ihr bringt es zurück quasi in die Basis, ihr verarbeitet es dort dann und freut euch, was ihr da hergestellt habt und wenn euch das eine Genugtuung gibt, wenn euch das ein entspanntes, schönes Gefühl gibt beim Spielen am PC, ja, dann könnte Core Punk tatsächlich das Spiel sein, worauf ihr vielleicht schon lange gewartet habt. Und damit möchte ich einfach meinen ersten Eindruck beenden von diesem Alpha-Test, jetzt im August und wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Kommentar da, einen Daumen nach oben würde mir helfen, teilt das Video natürlich gerne mit allen, die Core Punk für interessant halten und noch nicht genau wissen, ob es was für sie sein könnte. Über meinen Affiliate-Link könnt ihr es euch bestellen, vorbestellen, wenn ihr möchtet, es kommt noch dieses Jahr in den Early Access und ich hoffe, ich habe euch damit einfach eine möglichst neutrale Beschreibung gegeben. Ich weiß, es ist mir jetzt nicht immer gelungen, weil ich einfach im Freestyle ein bisschen doch meine persönliche Meinung mit reingebracht habe, aber ich habe mich bemüht, wirklich das Spiel quasi für die Leute zu beschreiben, die sich tatsächlich da in einer freudigen Art und Weise wiederfinden könnten, anstatt jetzt zu sagen, ich persönlich kann jetzt nicht so viel mit dem Spiel anfangen und deswegen hate ich das irgendwie tot. Ich glaube, das Spiel hat seine Zielgruppe und wenn es diese Zielgruppe ansprechen kann und finden kann, dann hat Core Punk wahrscheinlich schon eine Zukunft, würde ich mal meinen und man kann ja auch tatsächlich noch gespannt sein, was alles im Early Access dazu finden wird, was noch an Features mit reinkommt und so weiter. Da kann noch sehr viel Luft nach oben, aber für die Zielgruppe, die da besteht, ist es eine sehr schöne Basis, die bisher im Spiel zu finden ist und damit Leute, danke euch fürs Reinschalten und dann sehen wir uns vielleicht bei einem nächsten Video wieder, würde mich freuen, lasst natürlich gerne ein Abo da, falls euch mein Format einfach gefällt und dann sehen wir uns bald vielleicht auch wieder. Macht's gut Leute und ciao. Outro